Wir wollen jetzt ein Bild einfügen. Wir erinnern uns, die Bilder werden nur verknüpft. Das heißt, man darf den Ort dieses Bildes oder auch des Programms, wenn ihr die portable Version von Scribus habt, dann dürft ihr das Programm auch nicht woanders ablegen und das Bild muss in dieser Ordnerstruktur dort bleiben, von wo man es auch eingefügt hat. Sobald man dieses Bild irgendwo hin verschiebt, ist diese Verknüpfung zum Dokument nicht mehr gegeben und die Bilder fehlen dann. Um ein Bild einzufügen, gibt es hier den Bildrahmen. Das heißt, ich ziehe jetzt hier entsprechenden Rahmen auf. Ich kann den auch schon wieder so positionieren, wie ich mir das hier entsprechend vorstelle mit den Fangpunkten und hier kann ich dann ein entsprechendes Bild reinziehen. Und wenn ich das Original anschaue, das sind diese drei Pinguine, wenn ich das hier reinziehe, dann sehe ich, hier ist nur ein ganz bestimmter Bildausschnitt dargestellt. Nun, das Originalbild ist natürlich viel größer als dieser Textrahmen, den ich hier habe. Und wenn ich das entsprechend anpassen möchte, brauche ich wieder meine Fenstereigenschaften. Und hier kann ich jetzt sagen, bei Bild entweder an Rahmen anpassen. Hier ist wichtig, dass proportional ausgewählt ist. Und dann kann ich hier mit diesem Rahmen, der außen drumherum ist, hier noch weitere Skalierungen am Bild vornehmen. Es gibt aber noch die Möglichkeit zu sagen, normalerweise müsste man jetzt das Bild, wenn man es kleiner haben möchte, in einem Bildbearbeitungsprogramm entsprechend zuschneiden. Das geht aber auch hier anders. Man könnte hier sagen, freie Skalierung. Und dann kann ich hier diesen ursprünglichen Bildrahmen kleiner schieben. Ich kann aber auch hergehen und kann sagen, hier die Größe vom Bild soll entsprechend verändert werden. Und dann skaliere ich wieder entsprechend meinen Rahmen. Es gibt noch eine Möglichkeit. Und zwar, ich kann hier doppelt im Bild draufklicken. Und dann kann ich innen dieses Bild entsprechend verschieben. Die Stelle, die ich da vielleicht haben möchte. Und wichtig ist hier, dass diese Ketten entsprechend geschlossen werden, damit sich das Bild dann entsprechend proportional vergrößert und verkleinert. So, was wir hier noch haben, ist bei XYZ. Hier gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel, Achtung, der schaut nach links. Und ich kann das Bild spiegeln. Dann schaut er nach rechts. Kannst du natürlich noch auf den Kopf stellen. Das wären also hier nochmal Möglichkeiten zu spiegeln. Und hier bei Bild haben wir hier noch Bildeffekte. Wenn ich hier drauf gehe, das Ganze funktioniert so. Ich muss also hier mir einen Effekt aussuchen. Dann ziehe ich den rüber und dann entsprechend kann ich die Veränderung vornehmen. Und wenn mir das nicht gefällt, wieder zurücknehmen. Wenn ich eine Veränderung habe, die mir gefällt, hier mit OK, kann ich das dann dem Bild zuweisen. Schauen wir mal, was wir noch haben. Helligkeit. Da kann ich entsprechend die Helligkeit ändern. Schauen wir mal bei Duplex. Da kann ich das Bild auf zwei verschiedene Farben aufteilen. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Magenta und einen Grün. Zweite Farbe. Die Bilder haben dann praktisch zwei Layer und sind praktisch miteinander verbunden. Machen wir mal ein Blau rein und das andere lassen wir bei Schwarz. Dann kriege ich hier so eine entsprechende Einfärbung. Wieder rausnehmen. Schärfe. Wir können auch Farbverläufe in unseren Flyer einfügen. Dazu brauchen wir hier wieder unseren Bildrahmen. Wir ziehen hier einen großen Rahmen auf und jetzt kommt hier entsprechend die Farbe dazu. Wir können hier sagen, Füllfarbe diesmal mit Verlauf, waagrecht, senkrecht oder diagonal. Ich mache mal einen diagonalen Verlauf. Man sieht hier dann die Farbpalette, Farbe 1, Farbe 2. Wenn die Farbe 1 zum Beispiel blau wäre, man sieht hier jetzt schon, hier oben ist es dieses Blau oder dieses Zyren. Und die zweite Farbe, wenn ich da grün zuweise entsprechend, dann kann ich hier entsprechenden Verlauf bringen. Ich kann auch diese beiden Zeiger verschieben, je nachdem, wie nah sie aneinander sind, desto härter ist hier dieser Übergang. Wenn ich jetzt hier die zusammenschiebe, dann habe ich hier fast so eine Linie drin. Dahinter hatte ich noch ein Bild. Das möchte ich natürlich wieder sehen. Das heißt, ich gehe hier wieder auf XYZ, also die Positionsangaben und hier mit Anordnen kann ich sagen, entweder in den Vordergrund oder in den Hintergrund bringen oder die Ebene entsprechend ändern. Also hier komme ich sofort am Ende hin und hier kann ich schrittweise die Ebenen entsprechend ansteuern. Dadurch, dass jetzt dieser Bildrahmen im Hintergrund steht, ist das Bild von den Pinguinen wieder sichtbar geworden.